Die Kartoffelerweiterung für deinen Chrome-Browser hat Hashid Agrawal gebaut. Einmal, wenn du mit RAM arbeitest, wirst du diese Erweiterung lieben, weil du kannst im Prinzip in jedes Input-Feld einen Pixelwert eingeben und mit Leerzeichen wird das sozusagen in RAM umgewandelt. Copy SVG-Code from Asset Panel. Das heißt, du hast in deinem Asset Panel eben ein Bild zum Beispiel als SVG hochgeladen und dann taucht ein zusätzliches Copy-Feld auf, in dem du einfach den Code rauskopieren kannst. Du hast ein Bild, zum Beispiel auch ein Icon und kannst dann mit einem Klick quasi die Breiten und Höhe des Icons durch eben die SVG-Informationen rausfinden und dann anklicken. Und das hilft natürlich auch immer bei dem Page-Speed-Optimierung. Er nimmt einfach nur den Namen von sozusagen dem Asset Panel, wie du es auch beschrieben hast, und fügt das sozusagen als Alt-Tags mit ein. Ist immer noch besser als gar nichts. Wenn du den anklickst, kannst du genau mit Shift einfach schon eine Empfehlung kriegen, wie du diesen Formblock mit dem Client-First-System eben dann benennst und musst es nicht selbst immer alles reinschreiben. Und dann wird es noch Pr pref solelyEN, Okay, wir werden es noch nicht mehr alsüllchen,